Hi, ich bin Julia von Fabcafé und in meinem Online-Kurs lernst du Brushlettering Strich für Strich. Du bekommst Übungsbogen zum Ausdrucken für eine Schreib- und eine Druckschrift und alle Infos über Materialien, Techniken und Tipps. Wir werden gemeinsam die Basisstriche üben, uns mit kniffligen Formen beschäftigen und sogar Abwandlungen verschiedener Buchstaben entwerfen. Du lernst außerdem, Banner zu zeichnen und wunderschöne Listen zu gestalten. Schreib dich noch heute ein, du wirst es nicht bereuen.